Ich habe einen Ballkontakt gehabt. Der Einstoß. Die werden langsam müde, siehst du? Gleich haben wir sie. Nimm mal den Jansen wieder runter. Ist ja Wahnsinn, ey. Der kleine Pube, der leckt mich am Arsch. Tor, da ist er. Marcel, setz dich wieder. Das ist kein Blut. Dritte Halbzeit gewinnen wir.